Die Helios Sonnenstrom GmbH aus der Klima- und Energiemodellregion Freistadt hat es geschafft, das größte Sonnenkraftwerk Österreichs zu errichten. Wie das funktioniert und wer dahinter steht, sehen Sie jetzt. Das größte Sonnenkraftwerk Österreichs ist gleichzeitig das größte Kind, das der Energiebezirk Freistadt ins Leben gerufen hat. Ein Leuchtturmprojekt, das zukunftsweisend ist. Ja, es gibt es jetzt circa zweieinhalb Jahre und auf die Idee gekommen sind wir Anfang 2012, wo das Ökostromgesetz novelliert worden ist und wir gewusst haben oder mitgekriegt haben, dass es möglich wird, größere BV-Anlagen zu errichten. Wir haben dann zum Projektieren angefangen, haben die glorreiche Idee gehabt, gleich auf alle Gemeinden zuzugehen, haben in einem ersten Bauabschnitt 100 Anlagen auf öffentlichen Gebäuden errichtet und in der zweiten Ausbaustufe, die wir jetzt vor 14 Tagen abgeschlossen haben, wieder weitere 120 Anlagen errichtet, sodass wir jetzt circa auf 30.000 Quadratmetern Photovoltaikflächen installiert haben und sind damit sehr glücklich. Nun ist die zweite Ausbaustufe des Helios Sonnenkraftwerkes abgeschlossen und insgesamt sind 218 einzelne Helios Photovoltaikanlagen auf öffentlichen und privaten Dächern in Betrieb. Nicht nur in Freistaat, auch in Berg- und Urferumgebung. Sie haben auch Flächen zur Verfügung gestellt für Helios. Warum? Ja, weil ich interessiert bin auch, dass der Umwelt etwas gemacht wird. Die Umwelt zugute, dass vielleicht dann die Atomkraft da ein bisschen weniger wird oder dass es nicht mehr so gefördert wird. Ja, weil wir erstens einmal davon überzeugt sind, dass das eine gute Sache ist und wir natürlich auch profitieren auf lange Sicht. Und wir haben durch Helios eine tolle Unterstützung bekommen beim gesamten Projekt. Wir haben in der Zwischenzeit drei Projekte in Albendorf realisieren können, wobei ein Projekt mit 40 KW für die Gemeinde ist und zwei private. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Und auch für die gesamte Entwicklung in der Auffassung von den Leuten und für die weitere Entwicklung, gerade in dem Bereich, ganz ein wesentlicher Beitrag für die Zukunft. Ja, wir haben die Flächen zur Verfügung gestellt, weil wir auch für den Naturstrom sind. Und das hat sich so ergeben, weil wir gerade eine neue Halle gebaut haben und durch das hat sich die Dachfläche da so ergeben. Wir haben ein super landwirtschaftliches Gebäude dazu, also ein Stahl, wo die Ausrichtung genau nach Süden passt und Neugang genau passt. Da haben wir gesagt, da muss das aufhören. Und wir haben jetzt 13,5 KW. Das ist ja schon eine wunderbare Fläche. Und wenn ich da so schaue, alle Tage was zuhause rennt, da bin ich jetzt mal begeistert. Und wer keine Dachflächen besitzt, die er mit Anlagen bestücken kann, konnte und kann sich noch immer in Form einer Bürgerbeteiligung am Sonnenkraftwerk beteiligen. Bis Ende des Jahres kann man sich noch Sonnenbausteine im Wert von 500 Euro sichern. Insgesamt hat Helios 623 Darlehensverträge abgeschlossen und zum jetzigen Zeitpunkt eine Summe von 4,3 Millionen Euro zur Errichtung des Bürgerbeteiligungskraftwerkes entgegengenommen. So gesehen war natürlich das Helios-Projekt eine riesige Herausforderung, das auch technisch und wie du schon schön gesagt hast, auch finanziell über die Bühne zu bringen. Weil natürlich haben wir eine riesige Verantwortung übernommen, als Helios Sonnenstrom GmbH mit den Geldern der Freistädter Bürger diese Anlagen zu errichten. Und die Freistädter Bürger wollen natürlich diese Gelder über diese 13 Jahre wieder retour mit dieser Verzinsung, die wir versprochen haben und würden es uns natürlich ganz übel nehmen, wenn einmal eine Ratenzahlung ausbleiben würde. Ein vorbildliches, einzigartiges Projekt. Das größte Sonnenkraftwerk Österreichs, das mit einer Gesamtleistung von 4,3 Megawatt Peak und einem Ausmaß von 30.000 Quadratmetern Modulfläche fristgerecht ans Netz gegangen ist und reinsten Sonnenstrom produziert.